Ihr nehmt Liga 2 ein bisschen zu leicht, Schalke. Ja, wir haben Terrode, da kann nix schief gehen, Digga. Was bringt Terrode, wenn wir defensiv mehr Löcher als ein Schweizer Käse haben? Terrode ist ein Torgarant. Hörst du mir überhaupt zu? Taktik ist bei uns auch keine zu erkennen. Ja, seine 15 bis 20 Tore hat Terrode noch überall gemacht. Auch in Hamburg. Ja, und die sind doch auch nicht aufgestiegen. Bisher auch. Fünf Spiele, sechs Tore. Der Zweitliga-Terrode. Mann, Mann, Mann. Ja, und was, wenn er mal verletzt ist? Wie schreibt man eigentlich Terrode? Hm. Ja, komm. Halt's Maul.